Sonntag, den 16. Dezember 2018. Am heutigen Sonntag blieb heute die Küche kalt. Lediglich habe ich eine Knoblauchsoße angerührt, da bekanntlicherweise bei diesem heutigen Mittagessen, das meine Frau heute frisch geholt hat, nie genug Soße für mich drauf ist. Aber auch dieses Mittagessen kann sich sehen lassen. Dort waren Krautsalat mit Radicchio, Gemüse, Zwiebelringe und Tomatenscheiben, Knoblauchsoße, Pommes Fritz und die Hauptsache, das Schabfleisch vom Schwein drauf. So gab es heute einen köstlichen Döner-Teller mit ordentlicher Knoblauchjoghurtsoße und Pommes Fritz. Auch dieses heutige Imbissfutter bezeichne ich heute als Gaumenschmaus.